Hallo meine Lieben! Ich habe eine Stimmbandentzündung und darf erst mal eine Woche lang nicht reden. So kann ich natürlich nicht aufnehmen. Deshalb kommen diese Woche keine SSO-Story-Videos. Ich habe noch ein paar Videos aufgenommen, die dann kommen, allerdings sind das nur Spiritfahrer- und Pferdeköpf-Videos. Das Ganze kann sich leider bis zu drei Wochen hinziehen. Ich weiß nicht, wann ich wieder aufnehmen darf, deshalb wundert euch nicht, wenn keine SSO-Videos kommen. Drückt mir die Daumen, dass die Fibro nicht mitmischen will, dann dauert das Ganze nämlich noch länger. Habt einen tollen Tag und trinkt genug bei der Hitze. Eure Mine